Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. In dem Namen Wood Art steckt ja viel Kunst. Wie viel Kunst steckt in dieser Kabine? Ja, eigentlich eine ganze Menge. Die Kunst ist letztendlich, dass wir individuell auf jeglichen Wunsch eingehen können und somit immer im Grunde ein Unikat herstellen können. Das ist eine Modulbauweise. Wir können auch die Breite, die Tiefe verändern, also dementsprechend sehr individuell arbeiten. Es sind ja einige Saunaanbieter hier. Was hebt euch jetzt von den Mitkonkurrenten ab? Dass wir alles als solches selber herstellen und bauen können. Die Leute oder die Kundschaft hat halt sehr viele individuelle Wünsche und es ist schon halt, wie gesagt, die Kunst darauf dann auch eingehen zu können. Wir haben jetzt hier unseren Sauna Cube Premium. Wir haben hier Thermo-Espel-Bänke verarbeitet. Das heißt, dass die Bänke nochmal thermisch behandelt worden sind, arbeiten hier zum Beispiel auch mit zwei Farblichtwechslern, haben eine hochmoderne innen drin Touchscreen-Steuerung, die auch hitzebeständig ist, einen sehr schönen Designer-Ofen. Im Gesamtsystem arbeiten wir mit sehr massiven Hölzern von minimal 55 Millimeter Außenstärke. Also so, dass da im Grunde genommen auch viel Wert auf Langlebigkeit gelegt wird. Wie ist denn eure Zielgruppe? Also unsere Zielgruppe ist tatsächlich so, ich sag mal vom Alter gesehen 40 aufwärts. Das muss man fairerweise sagen. Junge Leute, Mitte 20, Ende 20, setzen einfach andere Prioritäten in ihrem Leben. Zum zunehmenden Alter wird die Priorität des Endverbrauchers anders gesetzt und der möchte einfach ein bisschen mehr Luxus haben und dann kann er sich auch sowas leisten in der Regel. Soll aber nicht diskreditierend gegenüber den jungen Leuten natürlich sein. Der eine oder andere sagt natürlich auch, das möchte ich haben. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.